wunderbar dann nehmen wir die tiere aus super fährst du das ein okay wir haben auch hier ein fehlschlag na super egal sendler wir gehen richtung große zinken aka den räuber fels wo auch hoffentlich ohne die quest das oder nicht gut trägt jetzt die trug der abhauten noch mal du weißt du sie sind nur die klicken der mann war vollmündig die unsere schnauze um Rulana stürzt sich würdig so Rulana stürzt sich mit in die ausgenommen das sollte es schon fast sein ja hau mal meine auch mit deinem zauber stecken wunderbar die werden ausgenommen gibt ein paar räuber bläbe die können wir beide kann ich so abgeben sozusagen oder bei den zöllnern eben so hier gibt es die ersten tollen waffen das entermesser kriegt nein entermesser kriegt Rulana die restlichen waffen können wir eigentlich verkaufen muss man sagen so jetzt können wir den kahlkopf genau kahlkopf heißt er den können wir es hoch und da oben finden wir dran auch hoffentlich auch ohne quest ja das diadem beschafft nun gebt mir euer ehrenwort dass es alina nichts antun werdet das diadem gut sehr gut deine geliebte muss in fexens gunst stehen denn mit dem diadem erlischt auch mein interesse an ihr zu schade dass die gunst deines gottes für heute erschöpft scheint tötet ihn ja wer dieser echsen mensch ist das werden wir wahrscheinlich bald noch herausfinden aber ich sage jetzt erstmal tschüss für jetzt wir sind jetzt wahrscheinlich schon in der zweiten folge aber jetzt meldet sich der kittenkommel aus der zukunft bis dann servus da draußen da bin ich wieder ich habe es jetzt hoffentlich endlich gefixt ihr könnt jetzt auch endlich alle zauber sehen und auch hier unten die ganzen anzeigen wir müssen aber gleich schon richtig in den kampf wir wurden letztes mal ein bisschen kurkum ja kurkum entschuldigt mal ich muss ein bisschen leiser drehen hier damit euch die roulade nicht allzu sehr anbrüllt ähm so ok dann der herr kirmler der macht würde ich mal sagen einen full miniktos auf diesen karkopfer oder gleich mehrere so roulana geht in den nahkampf mit dem einen er hat es passt schon wunderbeierchen der hat eine wunde der nächste von Meliktos geht auch noch nicht gleich drauf ja nee leider nicht Drano nimmt sich auch einen an das wäre der nächste mach doch noch mal einen auf den mit dem Drano kämpft Amazone voraus hat die top drauf sehr gut und jetzt auch noch der letzte wunderbar das war knapp fast hätten sie mich zur Bohrung geschickt ja das war wirklich knapp mein bester allerdings wer seid ihr und warum wollte man euch umbringen gestattet mich euch untertäglich vorstellen zu dürfen der rana von betranker edler von feinsten geblüht menschenkenntnis erkennt kirk hier aus tobigheim ihr seid nie und nimmer ein edelmann wohl eher ein weiterer strauchdieb mit dem besser früher als später abgerechnet werden sollte ist also gut ihr habt mich durchschaut allerdings bin ich gleich ein schurke kein mörder wie die anderen aber das erkläre ich euch später muss ich in wind ist ein zu salina salina ich kenne keine salina wer soll das sein ihr kennt salina nicht weil er jetzt auch noch ap kriegen sollte das kann doch nicht euer ernst sein ihre schönheit ist weit über den kosch hinaus bekannt wenn sie so bekannt ist wie ihr sagt könnte sie mir dann etwa bei der durchreise nach fjordok weiterhelfen salina sind keine wege versperrt wenn ich mich nicht irre so kennt sie den hiesigen zöllner sogar persönlich und es dürfte ihr ein leichtes sein bei ihm ein gutes wort für euch einzulegen schön und gut doch weshalb müsst ihr so eilig zu salina zurück auch das ist eine längere geschichte nur so viel ich habe ihr liebstes diadem gestohlen ich muss dringend zu ihr mich erklären auf bald so wartet doch wir können doch zusammen dorthin ich hätte euch ein angebot zu machen ein angebot um was geht es denn nun einen verwegenen burschen wie euch könnte ich gut als reisegesellschaft gebrauchen wollt ihr nicht mit mir nach ferda kommen ich wäre nicht abgeneigt aber was springt dabei für mich heraus ich habe euch gerade das leben gerettet hallo reicht das nicht wieder anfangen da habt ihr auch wieder recht also gut ich komme mit hört sich auf jeden fall lukrativ war es wird diesen einfältigen runkel umherzuziehen rumpel von wem redet ihr auch niemand weiter ein gefährte wir wollten gemeinsam hier in arvestro die prüfungen zur aufnahme in die ferroker liebesgilder meistern als plötzlich alles trunkelte und drüber ging erwartet bestimmt immer noch auf ein zeichen von mir sollten wir dann nicht so suchen und die erzählen was passiert ist wir haben gute Idee gute Ideen wir haben so lange die vollpfeife um du der Drano hat Klammer von Anfang an ein die das ist doch schon mal nicht schlecht kann auf jeden Fall hier leitenden Kalkopfräuber ach ja Horst die es ist ja alles wieder gut mit Horst die zum Glück das ist ja das tolle aktuell haben wir denn schon haarnadeln nein ok dann müssen wir jetzt aber mal auch dringend zum Händler du hast leider noch keine Steigerungspunkte aber du kannst ja trotzdem vielleicht schon mal eine Truhe knacken gut Stäbe sind irgendwie gemäxt aber bei Rolana können wir bei Säbel hochgehen das ist doch mal gut ähm Rolana brauchen wir nicht in den Gesellschaftstalenten sag ich mal äh Rolana ist aktuell eher mehr so der volle volle Kämpfer würde ich mal sagen sie hat ja auch keinen Zauber heißt wir werden auch ihre Punkte sparen für weitere Fähigkeiten falls wir sie noch nach äh ich hoffe ich spoiler nicht nach einem sumpfigen Dorf weiterhin mitnehmen werden ähm unser Herr Kirmler der äh wird unser Mann für alles hier würde ich sagen bei den Talenten vor allem bei Pflanzenkunde aber auch bei Tierkunde heißt wir lassen das aber auch mal so wie er sonst als ich hier oben gibt es eine Truhe die der tolle Dranorkler mal knacken kann gut dann knacken sie mal bitte die Truhe wunderbar Lederstiefel halb Schuhe ähm was gibt das gibt keine Behinderung das gibt auch keine Lederstiefel auch keine dann ziehen wir mal den Waffenrock an der gibt genauso viel ne der gibt sogar ja genau der wattierende Waffenrock der ist eine super Rüstung für den Anfang auch äh eben halt für die ähm Magier in der Gruppe der Herr Kirmler haut mal ein paar Fässer kaputt wunderbärchen hinten hinter diesem Hügel da hinter hinter dieser Steinbrücke hier gibt es tatsächlich auch noch Fässer da hinten gut da schauen wir mal hin wir wollen ja hundertprozentig durchspielen und hier auch nichts auslassen aber da hinten gibt es meines Wissens nichts mehr ähm gut ich glaube wir können zurück hier oben ah nee da hinten gibt es auch zwei Fässer aber dann kommen wir wieder runter in den Wald Richtung ähm jetzt müssen wir Richtung Jäger und Richtung ähm eines Tals was es hinten gibt ähm die Sache ist ähm ich glaube wir müssen erstmal ein bisschen unser Zeus verscherbelt und uns vielleicht noch ein bisschen ausrüsten beim beim Zöllner da sind nämlich einige Händler gestrandet und die warten da auf die Weiterfahrt und die verkaufen auch gerne ihr Zeus gut gut jetzt gehen wir zum Jäger der ist ja meines Wissens da hinten in seiner Hütte okay da ist noch Gullmond den nehmen wir gerne mit da sehen wir schon die Schadenspunkte vom vom äh äh Kampf mit dem Wolf der jetzt anscheinend schon sehr sehr lange dauert hallo Jäger Kauze stellen der haut den glaube ich für uns allein kaputt ich mach das schon Kurkumm Kurkumm ja der Drano ist ja mir so der elegante finden Kämpfer mit seinem Degen ähm ich finde in Drakensang werden Fechtwaffen allgemein ziemlich unterschätzt sie sind ich stehe in eurer Schuld was kann ich für euch tun äh gibt es irgendwas womit ich euch noch behilflich sein könnte ja das könntet ihr ein Wolfsrudel angeführt von einer schneeweißen Wölfin in Wechselzeit viel zu stark die Schleue ihrer Anführerin lässt das Rudel all meine Fallen meiden und um direkt gegen sie zu kämpfen sind es zu viele ihr könntet mir helfen indem ihr die Alphawölfin erlegt und mir ihr Fell bringt ihr habt also ein massives Wolfsproblem nicht nur außerdem macht mir ein wild gewordener Bär zu schaffen da bereits erst der Reisende anfiel bis dann konnte ich ihn nicht stellen aber ich konnte seine Fährte bis zu einer Höhle am großen See zurückverfolgen wenn ihr ihn erlegt wäre Aves treu um eine Gefahr ärmer bringt seinen Kopf als Zeichen des Erfolgs ich werde mich sowohl des Wolfs als auch des Bärenproblems annehmen genauso machen wir es nämlich das gibt die meisten Abenteuerpunkte und auch am meisten Loot hey und es klappt mittlerweile auch mit Tierkunde super die Hütte finde ich echt schön weil da haben sie sich erstmal die Mühe gemacht und dann so auch so ein äh Hirschgeweih da oben dran gemacht das ist leider nicht überall so weil am Ende offensichtlich die Kohle ausging für dieses Spiel äh ja Rat und Laps was du machen ganz nach dem Motto allerbester Drano am Anfang müssen wir eigentlich alles in Schlösser knacken investieren um kann ich mit dir sprechen das ist allerdings seltsam ich stehe in eurer Schuld was kann ich für euch tun äh könnt ihr mal was beibringen ja Fallenstellen unnötigste Sache ever wie ich finde ähm gezielter Schuss nee braucht man nicht hat äh theoretisch die Rulana die wir auch theoretisch dann noch im Bogenbau ausbilden könnten wir haben ein paar Quests wir müssen ähm Dranoa äh zu Salina zurückbringen ähm dann Rakorium finden den Bären weghauen die Wölfin auch weghauen und hier äh genau aber wir müssen jetzt erstmal zurück ähm und erstens unter Zeus verscherbeln und zweitens ich würde sagen äh hier mal zum Zöllner Nandor weil da waren wir noch gar nicht ähm Hallihaloga Distilung du wirst uns jetzt auch ansprechen oder? nein du warst der andere ja wir hätten auch da hinten rüber gehen können glaube ich aber so kommen wir noch an einer Person vorbei die ich auch gerne sprechen möchte nämlich einerseits ähm hier da läuft so eine Tante rum das ist ich glaub die Tochter von äh äh von äh einem Typen am Apfelbaum da hinten he 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 die Erna Rübenfein hallo ich bin beschäftigt sprecht mit meinem Mann Bärwin Rübenfein er wird sicher drüben bei unserem Apfelbaum sein ja genau ah ne sorry äh verzeiht habt ihr habt ihr habt ihr irgendwas gesehen von wegen Maske und so ach ihr habt dieses sonderbare Ding hier verloren da nehmt sie bloß jeder mit und achtet das nächste mal besser auf eure Habe das werde ich hab vielen Dank dass ihr sie für mich aufbewahrt habt ach ich hätte vielleicht hier hoch scrollen können warte mal es ist irgendwie blöd gerade naja schade sorry hm auf jeden Fall sagt sie dann irgendwie so ach ihr habt diese Maske hier verloren zur Erinnerung diese Maske ist vom Rakurium das ist die Maske des Meisters und die hat einen besonderen Effekt die ist sehr gut ein Charisma Bonus nämlich Charisma plus 3 das ist extrem stark wirklich damit ist Ranuar äh von ziemlich unbesiegbar was Gesellschaftstalente und so auch noch angeht also mit äh ja genau Menschenkenntnis und überreden und so das wird dir auch noch sehr wichtig werden später nein Grantl du legst nicht Hand an meinen Apfelbaum so wahr ich Berwin Rübenfein heiße nein du bist wohl toll das ist und war noch nie dein Apfelbaum also tritt endlich beiseite na sicher ist das mein Apfelbaum Urgroßvater Ludo Rübenfein hat ihn seinerzeit mit eigenen Händen gepflanzt das ist ja lächerlich die Ackerbolts sind praktisch die Gründer Arvestreus also gehört uns auch dieser Baum hier also mach endlich Platz Berwin ich hab einen Baum zu fällen ach ja die Bär oder der Bär Wien und da Ackerbolt ich finde doch lustig wie sich das Gras so schön synchron bewegt na gut da ist die Grafik natürlich heute schön man darf nicht vergessen das Spiel ist 13 Jahre alt und äh ist auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit aber es ist immer noch schluss als hättet ihr an klaren Verstand und könntet uns bei dem Streit um meinen Apfelbaum helfen ja wir sind bei klaren Verstand ähm ich werde versuchen zu helfen ja zunächst aber müsst ihr mir erst einmal schildern warum es überhaupt geht hörst du Krantl jetzt entscheidet jemand von uns wer ihm recht ist also legt sofort die Axt aus der Hand ah du willst mir vorschreiben was ich auf meinem Gründer Boden zu tun hab mir reizt der Baum kommt jetzt weg ein Moment weshalb seid ihr eigentlich so erpicht darauf diesen Baum zu fällen er versperrt Breios Blick auf meinen Acker so nimmt er meinen Pflanzen das Licht und raubt meinem Boden das Wasser bei Sturm knarrt er so entsetzlich dass ich das Nacht nicht schlafen kann und schon gut schon gut aber ist euch bewusst dass euer Nachbar sie an diesen Baum zu hängen scheint ahaha ja natürlich hängt er an ihm die gute Göttin Pereina hat diesen Baum mit den goldensten Äpfeln dagegen gesegnet er erntet immer fleißig alles ab und ich gehe leer aus aber dafür gibt es doch sicher eine Lösung und ob es dich gibt ich hau das Ding jetzt um es steht sowieso zur Hälfte auf meinem Land dann ist endlich Ruhe geht zur Seite wollt ihr ernsthaft einen von Pereine gesegten Baum fällen ihr Zorn könnte euch die Ernte kosten wäre es da nicht klüger einen Handel mit eurem Nachbarn einzugehen und die Ernte zu teilen ach du je ach du je daran habe ich noch gar nicht gedacht den Zorn der Göttin will ich gar nicht wecken hm also Berwin dann sei doch so gut und lass uns die Äpfel in Zukunft teilen ja ja der Baum bleibt stehen und ihr teilt von nun an die Geernte bist du nun zufrieden werfen naja schon aber dann bleiben mir ja nur halb so viele Äpfel übrig wer ist jetzt für das Geld das mir durch entgeht der Jammerlappen man sagt wohl zu Recht dass es nicht schlecht und das Reich bestellte solange der Koscher noch ja klagen kann ja klagen hm und nicht der Koscher gell Horstzie Koscher 5 wieder war es sei dass sie bei der Opelbaum geht nicht ob wir wir müssen die wir essen Gerngeschehen auf bald die Lichtbauer der Streit über den Apfelbaum ist abgeschlossen und Abenteuerpunkte kassiert da wird es ein bisschen Zeit Prozent Zauber zu hochzuleveln auf jeden Fall ist für mich zu uns Dranoa du wir können die steigern im Schlösser Klacken das ist so super und bei der Roldana heben wir uns gut auf alles klar wir müssen ja genau jetzt müssen wir mal kurz zurück ins Dorf beziehungsweise an das Wirtshaus weil dort gibt es einen lieben Händler beziehungsweise einen Kandidaten der was verloren hat der das um jeden preis wieder haben wird ja 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 ja